Das ist Max. Er geht seit mehreren Monaten in den Gym. Allerdings merkt er vom Spiegel keine allzu große Veränderung. Für ein effektives Ergebnis sind Proteinpulver und Kreatin wichtig. Aber warum? Proteine zählen zu den wichtigen Makronährstoffen und bilden den Grundbestand unserer Zellen. Nach einem intensiven Krafttraining reißen die Muskelfasern und das Gewebe muss sich erholen. Die Proteine in einem Eiweißschild liefern den täglichen Bedarf um nicht nur die Muskelregeneration, sondern auch den Aufbau, die Masse und den Erhalt der Muskel zu fördern. Kreatin ist eine Verbindung, was im Körper gebildet wird und versorgt die Muskel mit Energie. Bei einer Übung verwenden Muskeln den Energieträger ATP. Sie gibt ihre Energie ab und wird zu ADP. Das Kreatin fungiert hier wie eine Art Powerbank, der die ATP mehrmals zu einer ATP aufladen kann. Somit ermöglicht Kreatin eine höhere Trainingsintensität und Steigerung der Maximalkraft, weil die Muskeln nicht so schnell ermüden und belastwacher sind.